Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingestellt habt zu einer neuen Folge von Man of Medan. Und wir suchen ja gerade den Generator, um wieder Strom zu bekommen, um das Funkgerät zu benutzen. Dabei sind wir ja nur durch das ganze Schiff eingebrochen und sind jetzt eigentlich wieder ganz unten. Und werden uns jetzt mal angucken, wie wir den Generator bekommen. Motorenwerke Van Linden, Rotterdam, Niederlande, Dieselmotornummer 1734, Jahr 1920, Typ L87C-SE. Gibt es den Motortyp? Müsste man mal nachgucken, ja? Oh, was haben wir hier? Gar nichts, okay. Da sind Hebel. Hm, Hebel können wir nicht nutzen. Auch gut. Hier ist ganz... Tut mir leid, wenn mein Bruder es verbockt hat. War wohl nicht das erste Mal. Leider nicht. Ja, das ist voll verbockt. Warum laufen wir hier lang? Bist du der Generator? Ich höre auf jeden Fall einen Generator. Ich wollte hier nur mal gucken. Entschuldigung. Aber der Generator, den ich höre, der läuft. Aber ganz schön große Beulen da drin. Da hinten, was haben wir denn hier für einen Hebel? Er ist hier. Gott sei Dank. Und er läuft noch. Er? Hier ist er, okay. Leg den Schalter um und dann nichts wie weg. Hey, was wartest du? Okay, gehen wir wieder nach oben. Es muss doch noch einen Weg geben. Hallo, wir sind zurück. Bitte kommen. Hören Sie mich? Hören Sie mich? Over. Wie ist Ihre Lage? Over. Wir wurden entführt. Wir alle. Und da sind Dinger, die uns umbringen wollen. Over. Also ich wollte den Strom gerade nicht anmachen. Und bin auch zurückgegangen und dann hat sie den angemacht. Was ich sehr, sehr merkwürdig finde. Aber warte mal, da hinten war noch was. Wir sind jetzt durch Zufall direkt beim Generator hingekommen. Aber ich wollte eigentlich da hinten die Ecke mir noch angucken. Weil ich dachte, da geht es weiter. Und hier laufen wir nur eben mal rum. Weil hier hinten hätten wir auch in die andere Richtung gehen können. Also, glaube ich. Guck mal, da hinten geht es nämlich auch lang. Wo kommen wir da hin? Ah, auf jeden Fall ein Logbuch oder sowas. Energie-Room. Hätten wir das vielleicht vorher lesen sollen. So. Telegraph-Lock des Maschinenraums. Halbe Kraft voraus bestätigt. Motor-Drehzahl angepasst. Standard voraus bestätigt. Motor auf Standard-Drehzahl gesetzt. Lieutenant Young meldete sich zur Wachablöse. Motor wurde auf Standard-Drehzahl übergeben. Keine ständigen oder gesonderten Befehle von Brücke oder Chef-Techniker. Keine Probleme oder Gefahren im Maschinenraum. Lieutenant Young war natürlich nüchtern und in guten mentalen Verfassungen zur Übernahme der Wache. Das schreibt man da rein. Ey, der war gut. Der war nicht mal besoffen oder so. So, Lieutenant J.G. Philips um 0 Uhr von Wachdienst abgelöst. Maschinenraum inspiziert. Überprüfung von Ausrüstung. Maschinen von Antrieben der Wache durchgeführt. Keine Probleme. Loküberprüfung. Derzeit Standard-Drehzahl. Keine neuen Befehle von der Brücke. Volle Kraft voraus bestätigt. Volle Kraft voraus. Äußerste Kraft voraus bestätigt. Motor auf Maximal-Drehleistung. Befehl vom Chef-Techniker. Strom und sämtliche verzichtbaren Beleuchtung und Ausrüstung abschalten. Chef-Techniker führt Notinspektionen im Maschinenraum durch. Warum blättert sie zurück? Hier steht der Schilder vor Anker. Stop bestätigt. Motor abgeschaltet. Befehl zum Ankern im seichten Wasser erhalten. Und dann gab es keine Eintragung mehr, okay? Dann halt ankern wir hier wahrscheinlich im seichten Wasser. Ah, gut. Dann hat sich das zwar gelohnt, nochmal herzukommen. Aber hier ging es nicht weiter. Na. Jetzt dürfen wir doch da hinten nochmal hinlatschen. Das Schöne ist ja, dass die immer so gemütlich laufen, wisst du? Selbst in Panik laufen die hier, als wäre jarnischt. So, dann sind wir jetzt hier wieder bei den Aggregaten. Das läuft, ja. Auch wenn der oben wieder das Funkgerät kaputt gemacht hat. Kommen wir da lang? Wir kommen da nicht lang. Also ab durch die Tür. Na gut, dass wir das haben. Nein, wir nehmen es mit. Nimm es. Lass es da. Nee, wir nehmen es mit. Genau. Bin ich auch der Meinung. Weil der eine Frachtraum war ja unter Wasser. Ja. Ich weiß, was du zu tun. De was du zu tun? Ich bin der mich? Ich bin der mich nur, wo ist das? Du hast du deine頭? Nein. Ich bitte, nein! Ich habe gesagt, du zu verraten, du zu verraten! Du sagst n'importe was! Das ist alles, was du zu erzählen. Du zu verraten, du zu verraten! Ja, hat er gesagt, habe ich gehört. Und guck mal, was da liegt. So geht es mir auch die ganze Zeit. Ah, ich habe mir so eine Mühe gegeben. Jetzt wieder, wa? Ach, ich kassete da. Ich kassete da. Ich hoffe ja nicht. Na, nimm dir doch das Gold, Mann. Ganz ruhig. Mann, ich kassete da. Lasst ihr mich lieber hier krepieren. Aber ich bin der Captain. Ich habe das Sacken. Und ich entscheide, wer wieder geht. Ach, Mondo. Wir sterben aber mit den Quick-Time-Events, wenn ich klarkomme. Jetzt haben wir das Sauerstoffgerät da stehen lassen, ne? Vergehe dir die Scheiß-Tür! Ob die stabil genug ist? Finden wir sicher bald raus. Okay. Okay. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umreden. Na ja, okay. Nein, nein, machen wir nicht. Und Hände hoch. Sachte. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Steckt sie einfach weg. Niemand muss verletzt werden. Ich glaube, wir sterben. Ich habe doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch nicht wahr. Ist er auch. Nicht noch Wahl. Es verwandelt sich wieder. Wovon redest du denn da? Was meinst du? Bleib weg. Bleib weg von dem Dunst. Da ist doch kein Dunst. Dieser Dunst. Nicht ein Atmen. Was bewirkt denn dieser Dunst? Er lebt. Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Bitte beruhige dich. Stopp. Stopp. Er ist in uns drin, nicht wahr? Leg das Ding weg. Los. Was redest du da? Du sagst mir, was ich tun soll. Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Ich spüre es. Das ist kein Dunst. Oopsie. Oh mein Gott. Ich schaffe es alle zu töten. Ich bin mir sicher. Scheiße. Schon mit den Quicktime-Events. Mann. Ärgert mich. Vor allem, wenn man einmal sich vertippt. Wut man schon gleich entdeckt. So, wir sind noch zu zweit. Hm. Warum nimmst du die Waffe nicht mit? Ich will das schon gar nicht mehr wissen. Wir haben auch das Sauerstoffgerät nicht mehr. Wir hätten wahrscheinlich hier unten durchgehen können. Dann los. Oh, wir saufen jetzt gleich. Jämmerlich. Es gibt 472 Nieten in diesem Raum. Was nur eins heißen kann. Ich bin schon viel zu lange hier. Hey. Seid ihr da unten verletzt? Scheiße. Ich sollte ihnen folgen. Oder? Nein, bleib oben. Ach komm. Was machst du denn da für eine Kacke? Mano. Hätte er nicht oben bleiben können? Warum muss der denn jetzt bitte runter gehen? Ist das eine Tür? Und laufe ich hier überhaupt richtig? Wahrscheinlich sind alle Türen zu. War ja, klar. Na gut. Hat der gerade da hingeguckt? Nein, hat er nicht. Was haben wir da für eine Tafel? Gar nichts. Okay. Hier wahrscheinlich auch nicht. Nee. Also war schon mal falsch gelaufen. Aber gut, dass wir da lang gelaufen sind, so wissen wir, dass da nichts ist, ne? Hat ja immer Vorteile. Ist natürlich ärgerlich, dass sie jetzt tot ist. Ich habe das Gefühl, wir schaffen es nicht, dass hier einer überlebt. Der Hubschrauber kommt wahrscheinlich nur, um unsere Leichen abzuholen. Bin mir sicher. Und hier unten sind immer die Halluzinationen, ne? So, da kommen wir nicht lang. Gut. Ach, Mann, Mann, Mann. Hier steht nur ein Kasten, ne? Ja. Mann. Schöcher. Hallo. Also, ich glaube hier auch langsam an Geister. Wo sind wir denn hier? Na, kommen wir da weg. Ich denke mal, wir sollten normalerweise die andere Tür nehmen. Aber mal gucken, was hier steht, wa? Was haben wir denn hier? An alle Stabsoffiziere. Unsere Sachen und Rettungsmissionen in der Gegend haben wesentlich mehr Ereignisse erzielt als erwartet. Und glücklicherweise besteht jetzt ein Mangel an Särgen für Erwachsene. Wenn die sterblichen Überreste eines Vermissten in der Wasseraufbereitungsanlage ausfindig gemacht werden, muss unter Umständen ein kleiner Sarg benutzt werden. Ich schätze, das muss Husqus sein, der Ärmste. Von ihm ist fast nichts übrig. Ich weiß, dass das nicht ideal ist, Leute. Aber wenn seine Leiche erstmal zu Hause ist, bekommt er ein vernünftiges Begräbnis und den Respekt, den er verdient. Fürs Erste müssen wir uns damit abfinden. Also doch ein Erwachsener, den Kinder sagt drinnen, ne? Da hinten war auch eine Tür. Huah! Ich hab mich nicht verschrocken, ne? Oh, fuck. Das hört sich nicht gut an. Ich hab mich nichtbar. Das hört sich nicht gut an. Ich bin durch seine Augen, mit meinen Augen. Mit ihren Augen! Mit ihren totalen Augen. Nichts? Nein. Ich nicht nähe! Bass dicha. Bass dicha. Bass dicha. Ein Augen! Nein! Nein! Bass dich für dein Augen! Wann ich dich an! Ich erfeufe. gut kein guter eingreifer das ist die beste lösung da war die andere gerade noch man es ich habe gedrückt ok jetzt kommt so wann es gerade so wir nehmen die verteiler kappemann nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut ich glaube ich bin tot scheiße mann naja läuft hier ich glaube es wird keiner überleben jesus scheiß quicktime events und das ding ist kaputt das war das was wir vorher gesehen haben ist ja nicht so geil aber einer lebt noch also was soll schief ich bin mir sicher wird alles gut alles gut das war bestimmt ein schlechter Traum oder so ich bin mir sicher naja brett ist tot da haben wir uns mal viel entschieden ich weiß noch genau geht es sich jetzt alle tot mann was passiert jetzt Na, laden wir. Ach, nächster Tag. Rettung naht. So, das Problem ist, mit dem Schiff kommen wir nicht weg, aber wir haben ja gesehen, dass ein Hubschrauber kommt und wir haben den hier angefangen, ne? Also hoffe ich, dass wir hier abgeholt werden. Ja, ist ärgerlich. Ich kenne das. Adigas letzte Woche das Problem. Da kommt der Hubschrauber. Ich glaube, wir sind gerettet. Du siehst mehrere Zivilisten? Das Ziel ist ein umfunktionierter Militärcruiser. Nein, Gott. Es sind ja nur Kinder. Wiederholen. Es sind nur Kinder. Wir holen sie. Ich glaube, wir sterben. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Doch nicht. Puh. Dachte, die schießen jetzt auf uns. Wir haben es geschafft, vor dem Schiff zu kommen. Juhu! Lief doch alle, Dude, oder? Also wir haben einen guten Schnitt, ne? Weiß nicht, so fünf oder sechs waren wir da? Wir hätten den nicht abstechen sollen, ne? Den in der Kapuze. Ja, dafür können wir nur gar nichts. Ja gut, das war ärgerlich. Aber ich habe noch gesagt, je nicht unter die Tür, das tut weh. Ja, 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 reden wir nicht drüber, ne? Ist jeden schon mal passiert. Ja, und dann haben wir es geschafft. Wir haben es durchgespielt. Zumindest das erste Mal. Ich will es unbedingt normal spielen. Erzählt er uns jetzt noch was? Unser Psychologe. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Nicht gerade ein glückliches Ende. Oder vielleicht doch? Hängt davon ab, was sie glücklich macht, nicht wahr? Ich schätze, wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit oder nicht. Und die Verteilerkappe? Puff. Oh, wie schade. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile, in Panik. Gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Oh ja, die gibt es. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Ja, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen. Und ich denke mal, das machen wir dann im String. Okay, jetzt müssen wir mal ausmachen. Nicht, dass mir das Video gesperrt wird. Ich kenne ja YouTube. Oh. Oh. Wir dürfen uns vom Militär nicht retten lassen. Ich glaube, selbst wenn wir alle überlebt hätten, vermute ich mal, dass wir im Knast gelandet wären. Was ist jetzt hier los? Schon wieder Musik? Musik ist immer schlecht. Was ist das denn? Ich helfe dir. Aua. Ach, willkommen to Little Hope. Okay. Okay. 2020. Ich glaube, das müssen wir auch spielen. So. Kommt jetzt noch was? Oder ist jetzt wirklich Ende? Also zumindest für dieses Mal. Weil ich möchte das unbedingt nochmal spielen und vielleicht das 2 überleben. Das wäre mein Ziel. So, mal gucken. Er lädt jetzt gerade noch. Ob noch was passiert oder ob Ende ist. Es ist Ende. Gut. Denn danke ich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ja, wenn ihr Lust habt, das mal im Stream zu sehen, dann würden wir das dann nochmal spielen wollen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Display wieder. Ich würde mich freuen. Tschüss und bye-bye. Tschüss.